Wir waren da ganz oben, es ist mega warm, kalte Füße, nasse Füße, aber hot, er ist so hot. Wir haben es geschafft, wir sind wieder unten, sieht man nicht, es ist natürlich so hoch, aber es sieht ja nicht hoch aus, aber es ist hoch. Jetzt sehen wir uns erstmal so mega ausziehen. Damit ist unser Survival-Trip erstmal geändert und hier fallen wir vielleicht noch drinnen, so. Füße, füße.